yo leute da bin ich wieder nach meinem comeback ja weil die letzten zwei folgen die ich hochgeladen habe die waren ja schon davor aufgenommen bei dem einen habe ich sogar vergessen mein mikro anzuschalten naja okay egal ich habe gerade schon aufgenommen habe da auch gemerkt dass ich mein mikro nicht anhatte und ich hoffe ich muss es jetzt mal einen Moment mal kurz ja ist an müsste an sein wenn es nicht an ist dann bin ich sowas von nämlich dann dreht ich mich selber in die Fresse ja wir müssen die Eier nach Coca Lone bringen so weit ich gerade war gelesen habe bei dem Part davor und ja tut mir doch mal leid dass das eine da ohne ohne Mikrofon war sorry weil ich habe da auch nicht mehr gelabert wie jetzt also erstmal abwarten wird nicht so heiß gegessen wie es gekocht da hätten wir auch schon eins ausgerottet und ich meine wenn man hier hoch geht kommt man zu so einem komischen troll oder so hat oder wie der heißt äh ne troll heißt der nicht oder ich weiß es nicht aber irgendein verdammt starker gegner deswegen gehe ich da nicht hoch äh weil tot sein wollte ich jetzt auch nicht ähm ja nur weil in 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 gothic ist das halt immer so eine sache mit dem speichern das kann ich auch mal sagen weil immer wenn ich denke ich nehme auswendig auf dann werde ich immer so ein bisschen nervös so und ja ich muss halt speichern bei manchen situationen zum beispiel wenn ich da jetzt mal irgendwo hinspringen will und wo ich vielleicht sterben könnte weil dann speichere ich und dann wenn ich nachher gemerkt habe scheiße ich habe aufgenommen da will ich das ja noch mal machen um euch das zu zeigen aber ich habe schon gespeichert das heißt das habe ich hier eigentlich von bullshit alter ist interessiert euch doch gar nicht da hier und das ist auch sehr realistisch gemacht dass man hier so den haben wir geschlagen den haben wir doch ausgeraubt oder nicht oder 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 habe ich das letzte mal gemacht wo ich nicht aufgenommen habe wo ich mein mikro nicht aufgenommen habe nicht anhatten vor alter ich bin so durch weil ich muss mich hier so ein bisschen beeilen weil gleich kommt da kommt ein jackpot battle so ein kleiner test und so und da wollte ich echt dabei sein der verletzt auch tot ich weiß es doch hoffentlich müssen auch diese komischen eier da jetzt weg bringen also die wand tot waren hundertprozentig waren die tot ich das weiß ich doch noch die waffe weg alter die waffe nicht ja und ich muss ja auch mal sobald so ein geschwindigkeitstrank holen ist zwar sehr teuer aber herrscht noch gut im erzstatus sage ich das mal so ach da war neck drin genau sollten wir am anfang da theoretisch können uns auch wiederholen und wirklich viel bringt zu uns jetzt nicht mehr anfang war es noch relativ gut aber wie gesagt total scheiße ich würde auch mal interessieren wer sich hier so und so eine hütte gebaut hat außerhalb des lagers moment jetzt kann ich mich auch daran erinnern müssen wir nicht mit so komischen glatzköpfigen typen wohin latschen oder so ich bin so durch der hat der hat ich weiß gar nichts mehr ich bin so bin so hier richtig kann man das zwar nachlesen oder moment modrek hat die spitze aufgabe insofern geschickt blablabla die go schein eine größte beschwörung ich sollte die eier zu korkerlauen bringt steht da auch dann wenn wir das mal machen ich weiß so irgendwie habe ich dort bestimmt schon gemacht und da jetzt habe ich durch den pack irgendwie noch die eier und so ein scheiß und keine ahnung wir müssen auch noch den brief an den obersten feuermagier unsere erste question war immer noch nicht fertig aber die können wir glaube ich jetzt auch noch gar nicht fertig haben soweit ich das weiß weil wir kommen ja noch nicht in die burg rein und 1000 erzbrocken wollte ich den jetzt noch nicht geben weil nachher bekommen was nämlich kostenlos und 1000 ist relativ viel also wir haben gerade mal hochgerechnet also hochgerundet aufgerundet nicht hochgerundet ich bin so doof ich bin so doof naja wie gesagt das das ist ja der iberion ähm ja genau dann haben wir gerade mal 3000 eigentlich und ähm und ja das ist äh minus 1000 will ich eigentlich nicht bezahlen deswegen ich kann natürlich auch immer noch mit einem bug da rein ob das ist ja bug using ich habe mal so ein bug herausgefunden moment klappt er immer wieder dieselbe leier aber war es für dich muss nicht gleich geht ja er klappt die geschichte muss wohl doch was dran guck und dann geht und das kann man halt die ganze zeit machen dann wird dann so ich habe eier einer kohle gefunden ich wusste es meine vision war ein zeichen die eier ihrer königin enthalten also das starke sekret ausgezeichnet damit kann ich ein elixier brauen das uns den kontakt zum schläfer ermöglicht was ist mit der belohnung ah ja richtig danke ich meine eine handfeste belohnung ich wollte gerade sagen na gut na gut was willst du mana trank nein erz heilmittel eine waffe eine rune wenn ich jetzt die waffe nehme ja ist das entweder so eine dreckige scheißwaffe oder ist das eine gute eine heilmittel brauche ich nicht eine rune alter ich bin kein magier erz ist natürlich nicht schlecht und mana brauche ich nicht also überlege ich jetzt zwischen erz und waffe eine waffe eine waffe kann nun die anrufung des schläfers beginnen nein es ist mir doch nicht gelungen eine methode zu entwickeln den fokus aufzuladen uns fehlt das alte wissen über diese artefakte heißt das es war vergebens die eier zu holen nein hör mir zu es gibt einen alman in dem das steht was wir wissen müssen wir haben dieses buch dem feuer magier coristo aus dem alten lager abgekauft allerdings ist es beim transport vom alten lager hierher geraubt worden ich hatte talas einen novizen damit beauftragt das buch zu mir zu bringen aber er wurde überfallen er hat mich enttäuscht aber ich habe ihm noch eine chance gegeben er hat nun den auftrag den gestohlenen almanach zurückzuholen sprich mit ihm er wird alle hilfe brauchen die er bekommen kann muss eben aufpassen was man rum erzählt na gut wir sehen uns nee okay naja komm da ich natürlich nicht lieb und weißt du wo das ist ähm äh wo dieser komische Tier ist und wie der da ist das geht runter äh deswegen gehen wir da jetzt hin und sagen wir mal so äh holen uns jetzt einmal nach machen die äh komische aufrufung die sowieso hier da stattfinden wird und dann ist doch äh haben wir gorn nein natürlich sind wir da noch nicht durch ähm weil wir gehören ja nicht zu den novizen wir gehören ja auch eigentlich zu den banditen wir sind ja eigentlich äh arschlöcher auf deutsch gesagt naja okay egal aber bald werden wir auch seltener kann ich auch schon mal ein bisschen spoilern du bist thalas der überfallen wurde lass mich in ruhe ich will nicht darüber reden ich kann dir helfen den almanach zurück zu bringen wirklich ja goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das buch zurückbringen ich mache dir einen vorschlag ich zeige dir den weg zum almanach und du holst ihn zurück ähm gib mir 50 erz und ich bin dabei was du beraubst mich nun gut sag mir bescheid wenn du soweit bist jo wir können direkt ich bin bereit wir können losgehen in ordnung folge mir jo go 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 boah boah guck mal aber bitte nicht so nahe Zeit mal so ein bisschen kalter wenn er so in so komischen rock da rumgelatscht äh naja 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 na los lauf 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 das ist jetzt ja an zu regnen du willst dich doch verarschen ich höre nicht mehr 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 ach so das ist der Wasserfall ja alles klar naja aber die rüstung sieht schon geil aus irgendwie so mit den rechts den Stacheln da dran relativ cool muss ich sagen ach Talos lauf du mal vor so schlecht kann Talos da gar nicht sein da muss da irgendwas drauf haben Ach ja, genau, ich wollte ja auf zwei Händen da gehen, fällt mir grad auf. Deswegen skillen wir grad nur auf Stärke, genau. Ach, ich hab wieder vergessen, Skywalks zu machen. Ich bin ein Genie, hab ich doch schon gesagt. Naja, egal. Ne, bald rein, ehrlich, dein Ernst? Fick dich, egal wer mich anschreibt, Fick dich, ist so, so wie der Nova. Naja, egal. Da hin, ach, da hin. Oh, Gott, wie viele Farane sind alle, willst du mich verarschen, Ritz oder jetzt? Ritz. 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 Ach so. Ja komm, du Sau. Hallo? Ritz. 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 dauer der mitschall damit sich verarschen also gegen glück muss ich nicht schuldigen habt ihr den habt ihr den gesehen naja egal das bringt nicht so viel na komm Alter! Hör auf mich anzuschreiben, du etwas! Oh, die haben Magikäule. Das sind zu viele. Nein, das sind zu viele. Ist halt jetzt nur einer, der auf mich draufkommt? Kannst du doch hier ein paar runtergesprungen, muss ich auch dabei sagen. Alter, jetzt komm! Du kriegst es auf deine Fresse, du Arsch. Ja, mach noch mal! Damage! Alter, nein! Ja, Junge! Alter! Sonst ist noch alles frisch bei dir. Der haut mich erst mal voll um. Ja, der eine ist da hinten auch sehr schlau. Wo sind die überhaupt hingeschrungen? Sind jetzt alle tote? Ich hoffe mal. Da hängt noch einer, den müssen wir eben... ...eine geben. Haben die geblingswort? Also außer an der Nagelkeule. Ne. Wo sind denn die jetzt alle? Da, da schwimmt einer! Oh, da kommst du hin. Ah, da unten! Da unten war einer. Naja, lass doch da schwimmen. Und speichern wir mal eben. Hey, was ist denn da? Ach, Abendkraut. Das sieht nicht gut aus. Da steht zwei. Ich wollte die jetzt nicht alle nach mir entlocken. Hey, was ist denn da? Trank. Welcher Trank ist das? Ach, ein Haltrank. Ja, ist doch gut. Super. Eben speichern. Ich wollte jetzt hier nicht gegen alle kämpfen, weil die sind mir schon recht stark. Okay, gegen drei könnte ich es natürlich nur aufnehmen, aber... ...wenn es mehrere werden, ist das auch scheiße. Äh! Hilfe! Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Oh, du! Ach, du Scheiße! Ja, komm, noch mehr, bitte! Ah, ja, schumm! Möchte ich hier auch rein schubsen? Nein, kann ich nicht! Nein! Nein, geh doch hoch! Ich komme jetzt noch ein paar Punkte! Spring ins Wasser! Und dann kommen wir hin. Ja, dann trinke ich mir eben ein. Wohl, kommen wir hin? Ah, dann trinke ich mir eben ein. oder zwei die Kälte die mir jetzt hier alle holen oder was? Nee, das ist ja schillig Brrrr So, vorleveling hier Nagelkeule, Nagelkeule, Nagelkeule Ja, ich sammel hier jetzt, das war, äh, schon gekonterbuggt, das hab da gesehen Ja, natürlich nicht, äh Huch Aua, Aua Franchkeld Franchkeld Bin ich wieder level ab, wenn ich hier so weit Oh, ich bin level ab Ha Boah, bin ich gut, Leute Ich bin ein guter Bug-User So, hauen wir uns hier nochmal einen rein Ja, da speicher ich doch erstmal einen drauf, wa? Oh, oh, fuck, wir haben gleich schon 20 Minuten vorbei Hey, komm, oh Nein Geht doch da hoch, Mensch Oh, Gott So So Heut da jetzt alle raus, Alter Aber ich hab da, so Da sind wir locker irgendwie Was weiß ich nicht, 20 Stück da Okay, 10 Stück Waren das mindestens Was, da stehen noch 2 3 4 Oh, Gott 5 Wie viele sind denn in dem scheiß Knast, äh ja hallo es kommt kommt her lange kochen haben wir überhaupt schon die johann genug Bis zum nächsten Mal. Keine Chance, Alter. Keine Chance gegen den Boss. So, Alter, wenn das jetzt nicht alle waren, dann raste ich aus. Naja, gut, aber ob der Eimer nach hier wirklich ist, dem war erst im nächsten Part. Scheiße, dann sieht man schon Trun. Das sieht man erst im nächsten Part. Tschüss.